Musik Hallo und willkommen zurück zu meinem, jetzt glaube ich dritten Daisy, nein, vierten sogar Daisy Tutorial Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euren eigenen Loading Screen erstellen könnt Okay, das ist hier mein Alter, wie man im Hintergrund sieht Und ihr könnt euch den einfach mit Gimp oder Photoshop oder Photoshop Elements, wie ich es jetzt gemacht habe, einen Hintergrund designen selber Und wichtig ist dabei, ihr dürft es nicht als JPG abspeichern, sondern ihr müsst das als TGA abspeichern Das ist ganz wichtig, das ist hier bei mir TGA Das ist einfach ein anderes Format, QuickTime Format ist das So, dann braucht ihr heute dafür, um das Ganze zu machen, den FileZilla Client, PBO Manager und TextView 2 Wo ihr diese Programme findet, das schreibe ich in die Kommentare, die Links Und als aller nächstes, äh, zu allernächstem Mal, wie immer, stoppt ihr euren Server Ich mach das mal ein bisschen leiser Und dann erstmal in unser Webinterface und den Server stoppen Render ich noch? Oder warum hängt das so? Ja, ich render noch Hoppla 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 Ich will stoppen, nicht restarten Ah, hier Entschuldigung, Quaschdorf Gleich müsst ihr stoppen und Dann, als allererste, was ihr machen müsst Ihr müsst FileZilla starten Und auf euren Server connecten Dort geht ihr auf Daisy Ample Missions Und zieht eure Map raus Kritischer Datenübertragungsfehler Okay, versuchen wir es nochmal Jetzt, dass es funktioniert Dann, äh, extracten wir die Ist gestoppt, gut Und Erst, ach, erst einmal laden wir dann TextView 2 runter Den Link Werde ich in die, äh, in die Beschreibung packen Und dann ladet ihr das einfach runter Und installiert das Dann, bei euch wird es dann auch wahrscheinlich super aussehen Mit diesem TextView 2 Äh, Symbol und dem TGA drüber Dann zieht ihr das einfach auf das Programm drauf Hier sieht man auch schön, mit TextView 2 öffnen Dann haben wir das hier Hier kann man nochmal ein bisschen bearbeiten Aber das wollen wir nicht Wir wollen nur File Save as Und dann geben wir hier einen Namen ein Und zwar als PAA-Datei müssen wir das speichern Weil sonst funktioniert es nicht Äh PAA will ich doch speichern Naja Nenne ich das einfach Daisy Epoch Screen Hopp Und dann haben wir das gespeichert Jetzt müsste das hier sein So, da steht auch schön PAA drüber Dann als nächsten Schritt Öffnen wir hier diese Ja, diesen Dings Unsere, äh, PPO-File Unsere Mission Und machen einen neuen Ordner Den nennen wir Ach, wie nennen wir den nochmal? Das hat mich jetzt Aber ich meinte Hat mich die Musik abgelenkt Das muss ich jetzt schnell mal nachschauen Hopp, das stört nicht Ja, das ist nicht Wir nennen diesen Ordner Test Ja, genau Test nennen wir diesen Ordner Ah, die Musik fetzt schön Test Und da ziehen wir diese Datei rein Und nennen diese ebenfalls Test Als nächstes wird das hier einfach in den Ordner reingezogen Und wir müssen jetzt aber erstmal diesen Ordner verlinken Dass das Bild erkannt wird Also darauf geben wir in die Description Und dann haben wir hier Load Screen ist gleich Und dann haben wir schon mal was eingegeben Und hier wählen wir einfach Ähm Ein bisschen dumm Ich glaube, ich packe dir erstmal die Datei Rechtsklick PBO Manager Hack into PBO Machen wir das wieder auf Jetzt haben wir hier den Test Genau Und ziehen wir die Description raus Mal einen Doppelklick drauf Und jetzt Weiß ich nicht mehr, wie ich den Code schreiben muss Nochmal nachschauen Dazu habe ich ja meine ganzen Backups So, das wäre Test-Test.pa Jetzt sucht dann im Ordner Test Die Datei Test.pa Dann speichern wir das Schließen das Ziehen die Description wieder rein Oh ne, das ist das falsche Ziehen die Description hier wieder rein Ist hier drin Schließen das Gehen wieder in unseren FileZeller Client Und ziehen Epoch rein Überschreiben das Backup machen nicht vergessen Dann wird es hier schön hochgeladen So Dann als nächstes Starten wir unseren Server wieder Wo ist das? Komm Ich öffne die Seite einfach mal neu Die hat sich gerade ein bisschen aufgehängt Sagt man, rendert der noch oder warum? Error Invalid response received Ach, schließen wir erstmal den Kleid Vielleicht geht's dann Das ist jetzt dumm Ich kann's da nicht weiter zeigen Das ist echt blöd Was ist hier los? Ich such's mal hier drüber Naja Das Problem hatte ich bisher auch noch nicht Auf jeden Fall Was ihr als nächstes machen müsst Ah Aha 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 Funktioniert doch Dauert eben Fragt mich was los ist Hab ne 100k Leitung Der Rest funktioniert ja Klickt an der Seite Naja wir drücken auf Server starten Und hoffen dass er das löt Ja Um den Server zu starten Bitte auf den Button klicken Ja das haben wir doch gleich gemacht Wer sich fragt wo die ganze Musik herkommt Einfach mal in YouTube unter Sex Sessions Studios schauen Und dort werdet ihr das finden So Unser Server ist gestartet Ich connect jetzt mal Dass wir das gleich testen können Aber nur im Bindode Mode Sonst zeigt mir Camtasia das nicht an Unser Server wird hier als weiterhin Down angezeigt Ja Müssen wir wohl noch ein bisschen warten Hoppla Ich wollte nicht Zoom gestarten Ja der Server lässt auf sich warten Wie man merkt Ach auf jeden Fall es müsste jetzt funktionieren Ihr habt jetzt den Loading Screen durch euer Bild ersetzt Das wäre bei mir dieses Bild hier Was ihr darauf machen könnt Wer sich fragt Ihr könnt die Rules drauf schreiben Die folgen wenn man eine bricht Zum Beispiel dass man für immer oder für eine Woche gewandt wird Und halt was im Server alles drin ist Naja und solange das jetzt hier lädt Könnt ihr das euch jetzt mal durchlesen Ich beende einfach die Aufnahme hier Jetzt aber echt ganz zeigen Ja er ist on Gut Falls beinah Und schon jemand drin Naja haben wir den Bindode Mode drin Ja den haben wir Und dann connecten wir Auf meinen Server So Wie man sieht Epoch läuft bei mir So Machen wir ab Warten bis er uns hier ein Setup holt Ja sie sieht ein bisschen scheiße aus Aber anders nimmt es mir das Programm nicht auf Wow Also da sieht man erstmal Er muss das Bild erstmal hochladen Als die Miss-Mission-File Das ist das wo wir das reingezogen haben Und den lasse ich mal machen Und dann sind wir gleich wieder da So Hier wären wir Wir haben aber einen Black Screen So Ja 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 Ja